Was geht ab YouTube? Ich darf euch heute mit meinem ersten Stadionvlog begrüßen, in meinem ersten Stadionvlog. Für mich geht es heute an die Hafenstraße und spielt gegen Dortmund 2, also ein ganz 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 wichtiges Spiel. Es muss unbedingt dieses Jahr aufsteigen, wie diejenigen, die mich hier kennen, vielleicht schon wissen, dass ich Schalke-Fan bin. Kleine Liebe eben für den RWE hab, weil mein Vater natürlich rot-weiß-Essen-Fan ist, meine Mutter Schalkerin irgendwie, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich freue mich heute, euch endlich mal einen Stadionvlog zu bringen und einfach mal mit, wir schauen rein. Wir holen jetzt als erstes meinen Vater einmal ab und dann ins Stadion, also Abfahrt. So, wir sind jetzt hier gerade aus dem Hauptbahnhof raus, haben jetzt die ersten Kanne nachgefüllt und sind natürlich jetzt auf dem Weg hier zum Stadion mit dem Shuttle-Bus. Bei mir heute ganz wild, ganz ungewohnt, gibt es erstmal ein russisches Bier. Zum vorglühen, bevor wir gleich sind jetzt hier auf dem Stadion, die erste Kanne des Tages. Zum Wohle. So, und da haben wir die Gute Hafenstraße schon. So, Leute, an der Hafenstraße angekommen, sind wir jetzt hier auf dem Weg zum Stadion ins Stadion. Nein, das ist die Gute Hafenstraße. Wurde 2012 erneuert und neu gemacht. Seitdem steht das Ding wirklich schön da. Die Ecken sind noch offen, die werden jetzt Anfang dieses Jahres wohl in die Überarbeitung gehen, dass da natürlich dann auch das Stadion demnächst zu ist. Was meint ihr, was da dann für Stimmung aufkommen wird? Ja, schauen wir mal, was da heute abgeht. Ich gebe euch vorab schon mal meine Match-Fan. Ich als Schalke-Fan darf man hier gar nichts so laut sagen. Natürlich schlägt mein Herz für RB und dem S04. Ich sage, dass wir die Zwecken hier heute mit einem richtig schönen 4-0 wegklatschen werden. So, spannend was gesagt. Den ersten Blick ins Stadion. Ich gehe ja wirklich schon seit vor über 20 Jahren hier an die Hafenstraße. Nicht regelmäßig natürlich, aber für mich ist das echt eine Kindheitseränderung, die hier jedes Mal aufkommt. Jetzt haben wir einmal die Hafenstraße hier auf der Bühne. Gegnerblock. Gegnerblock ist sehr, sehr leer heute noch. Einmal in die Kommentare. Scheiße, VW. Musik So, Vater. Was ist denn dein Tipp für heute? 2-0. 2-0 für den RWE. Was sagt der Kevin? 2-2. Kevin sagt 2-2. Auf jeden Fall Sieg. Auf jeden Fall Sieg. Sieg für Rot-Weiß. Auf jeden Fall. 3-1. 3-1, immer noch ganz klar heute ein 4-0 für den RB. Das ist das Ziel, dafür setzen wir ein Bein. Und wir haben uns sehr herzlich die Mannschaft, die wir am Zimmermann vom Schultz-Team, und wie für die 20-Finder viele Fans und Freunde von Borussia Dortmund. Herzlich willkommen! Du bist nun wohlgeblieben, du kennst den Rotweißfesten schon seit 1907. Du kannst bei jedem Spiel, nur einmal was du kannst. Opa Lutschiskowski, wir schulden dir noch, danke. Wir werden essen, nie vergessen, wir sind die Fans von Rot-Weiß-Essen. Und bei den lautesten Fans der Liga, herzlich willkommen bei... Der RBG! Besondere Grüße geben wir mal raus an DFB, der es geschafft hat, unser Spiel heute so beschissen anzusetzen, dass der Gäst... Der RBG! 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 Wir sind hier mit der ersten Liggenschau gegen den DVB das 1-0 zu machen. Wenn ich mal zum Jubeln habe, dann kommt halt keine knizze Ecke, die Scheiße. Nein! Ja! Ja! Da geht's jetzt hier! Alles! Der Weg! 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 Geh ab! Geh ab! Hochzeichen! Auf uns geht es um! Kost supremos Chartier 2-1, Hertha. Aktuell auf Schalke steht es 2-1 für Hertha nach 13 Minuten. Warum nenne ich mal Kurz? Boah, ist ja wie in der Kreisliga hier! 2-1, Hertha. Rad drauf! Echt, gut. Echt. Echt, gut. Echt. 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 Echt, gut. Echt, gut, gut. Mehr Kalkland, heute! An избeln adminos. Echt, die fl reflectionники, was Pfegriss ist im Flächllaert und Weg und weg. Hoch und weit bringt Sicherheit. Aber da war nicht mal weit, ey. Hoch und weit große Stütze, Da 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 und Down komma. Hoch und weit große Stütze. Kommt heute weiter geht's. Hoch und weit große Stütze. Da 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 da. Hey. Alex, was sagst du denn zum Spiel? Ja, ich wollte eigentlich erst 3-0 sagen für Rot-Weiß, aber jetzt nach dem Spielverlauf sage ich 2-1. RWE in der 440. Spielminute. Das Tor wird präsentiert von der Bundesgenossenschaft Essen-Nord und unserer Torschütze an die Nummer 29, Muster! Damit gibt es einen neuen Spielstand, der da lautet, Rot-Weiß-Essen! Borussia Dortmund! Danke, danke! Heute, was schön ist, wenn du aus einer Fußballfamilie kommst, dass Bier immer mitgebracht wird. Hier ist die erste Stauder-Kiste. Halbzeit Essen, 1-0. Das Spiel ist eher ho-la-la, eher ein Hill-and-Hair. Nach der Halbzeit 51. Minute erstmal ein richtiges Stadion-Boss von Thiels. Ich sag mich ganz ehrlich, es ist ein Stadion-Boss Deutschlands. Hey, 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 hey! Hey, hey! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, 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 ja, ja!